Yo Leute, was geht? Willkommen zurück zu der Last of Us, Leute. Ja, Franco hat mir auch erstellen können, dass sie... Ah, okay, wir haben 48 Stück hier. Okay, was haben wir da? Fertigung, schnelle Fertigungscaps. Und da, Lauschmodus. Lauschmodus Klarheit. Gegen mit dem Lauschmodus-Tist wird deutlicher angezeigt. Oh ja, das ist geil. Perfekt. Und jetzt lass die Party beginnen. So viel zum Thema, als die Party beginnen, ja. Ich will das nicht. Was stand gerade? Ah, die sind das Licht nicht. Nein. Und ich hab nur rein. Bruder! Bruder! 익 Was war ich denn? Was war ich denn? Dein Leben! Schau dein Leben bitte an! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Oh Gott, oh mein Gott! Aber einer muss doch hier noch sein! Ein Schempel muss hier doch noch sein! Ach was! LOL! Nein, nein, nein! Wir hauen hier jetzt noch nicht ab! Jetzt muss ich schauen, dass ich wieder Munition bekomme! Schauen wir uns mal in Ruhe um! Den hab ich so richtig gefetzt, Alter! Nein, ich kann keine herstellen! Ach, scheisse! Ah, meine... Alter, das war jetzt krank! Das war so krank jetzt! Ich hab's so gefetzt, ey! Ich hab's so gefetzt, ey! Ich hab's so gefetzt, ey! Okay, hier geht's gleich raus! Okay, gut zu wissen! Da liegt's Zeug rum, da liegt's Zeug rum! Da liegt's Zeug rum, da liegt's Zeug rum! Da liegt's Zeug rum, da liegt's Zeug rum! Äh, Leben wäre jetzt wichtiger, ne? Und eins brauchen wir noch grad! Ey, das, das, ne! Ey, das, das, ne! Und da gibt's ja nichts zum Blüden, da würde ich mich verraschen! Ah! Ah! Toll! Gut, nehm ich mit! Ja, Munition! Aber sonst hier... Nichts mehr! Ey, wo? Das kann gar nichts sein! Aber, äh, das ist so, ne? Okay, wo war jetzt die Scheisstür? Wo war jetzt die Tür? Na, da? Na, da. Das ist so, ne? Ja, das ist so, ne! da als die andere Seite was sie durch das Rücken okay raus hier ich will raus hier 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 Alter Eww Es ist voll Es ist auch nichts mehr Jetzt lass uns hier einfach verschwinden Äh Aber das war eine krasse Stelle Ja, peel Pilen Oh nein Ich frag mich wie lange die nach dem Ausbruch noch gefahren sind Ok Ich hab nur Licht gesehen Na dann hoch Hey Das Licht kommt näher Äh Äh Ah Hallo, ich hab's doch Hey Ich helf dir da hoch Ja Was ist das? Ha Ja, aber das macht sie mit links oder was Ok Auf geht's Schon fast geschafft Ah Hier Boah, Junge Scheiß Infizierter Anmarsch Ah Ah Deine Maske ist vor mir oder was? Äh 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 Jo Klickl 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 Äh Wuh 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 Bruder Wuh 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 Spereg Wuh Wuh Alter, was war... Alter, ist das geil aus. Boah, Alter. Wir könnten uns im Theater da ausruhen. Das klingt absolut traumhaft. Ey. Das geschafft. Scheiße. Ich hab dich. Hier. Geht's? Okay, sehr gut aus. Ja, komm. Schlau. Willst du mir sagen, was mit dir los ist? Was mit mir los ist? Ellie. Du hast gerade Sporn eingeabbt. Du weißt doch. Ich bin immun. Okay. Du bist immun? Ach, komm. Ich wurde gebissen vor langer Zeit. Was zur Hölle redest du denn da? Ich wurde gebissen und nichts ist passiert. Ich bin müde. Ich bin müde. Oh, ich bin müde. Maria und Tommy und Charles sind die einzigen Dezbüße. ...wussten. Und jetzt du. Ich kann... ...dich nicht infizieren, falls du das denkst. Ich kann dich auch nicht immun machen. Ich kann dich auch nicht immun machen. Sag doch was. Elli... Ich glaub, ich bin schwanger. Was? Keine Sorge, es ist nicht deins. Was sollen wir... Was sollen wir denn jetzt machen? Gar nichts. Ich muss mich noch kurz ausruhen. Was soll das im Moment sein? Wie lange weißt du's? Ich bin seit ein paar Wochen drüber. Ein paar Wochen? Wir hätten... Wir hätten noch umkehren können. Ich wusste es nicht. Ich war mir nicht sicher, okay? Ich wollte keine Umstände machen. Aber jetzt machst du Umstände, oder? Ich... Ich bin noch nie sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Okay, Freunde, das hätte ich jetzt am wenigsten erwartet. poop! Scheiße! Okay, es gibt wieder so viele Wege hier. Haha, geil! Oh, auch vom Klo. So wie mich damals den Infizierten vom Klo angegriffen hat. Das war der Räuber. Kommt hin. Aber das... Ah, ja, die macht es mit der Hand! Ah, nein, mit der Messer! Nein, 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 nein! Spielekarten, Spielekarten. Oder Sammlerfahrten. Gut. Da ist nichts mehr. Okay, wir gehen hier durch? Oder wir gehen nach oben? Ich gehe jetzt zuerst mal nach oben. So was nur Geheimheiten. Scheiße. Alter, okay. Ja, okay, ist klar, übertreibt's. Okay, sind wir gerade nichts mehr. Scheiße, Alter. Das hat uns jetzt noch gefehlt. Fuck. Leben ist wichtiger. Hihi, geh hin. Ach, hier geht's noch. Okay, Moment. Jetzt hier noch weiter. Ja. Nein. Okay, nur dass wir überall geschaut haben, dass ich irgendwas übersehe. Das wäre jetzt das dümmste, was passieren könnte. Hüb. Okay, das ist besser. Nein. Aber noch ein bisschen. Aber noch ein bisschen. Wann ist es nicht. Nein, das ist besser. Aber noch ein bisschen. dass wir zu gehen und ich muss den strom einschalten der kirche dass das passieren wird also ja und jetzt schafft es ja moine aber das so geil aus mit dem regen auch die grafik ist einfach so krass ich denke ich zum schlag ja gut ich glaube dir ist auch schon besser gut dann können wir sie da runter und schauen wir schon können das wäre jetzt gut schliessel für wo auch vielleicht die grosse türe und was könnte noch sein ich glaube ich finde das könnte gut sein Ja. Perfekt. Wow! Alter! A Theaterstelle! Ja, läuft! Ey, das ist kranker. Das ist krass, Mann. Diese Puppe nicht. Nein, 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 nein. Jussi, Jussi, Jussi. Kurier ist das, wie schon immer. Wir müssen hier in die Zeit kommen. Ja, ich bin von mir, dieität. Ich bin von mir. Gebt euch schon jetzt. Ihr könnt euch jetzt sagen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020